Ich bin Karin und komme aus Deutschland. Ich mache hier eine Panzerkammerkur, die ich voriges Jahr im Oktober schon einmal gemacht habe. Ich war sehr stark stoffwechselkrank. Das hat sich geäußert in Ausschlag im Gesicht, Pickel, Rötungen, Gewicht war sehr stark. Also ich war viel stärker als wie jetzt. Und während dieser Kur ist mir klar geworden, dass ein ganz wichtiger Teil dieser Panzerkammerkur die Einläufe sind. Diese Einläufe, ich hatte vorher furchtbar Angst einen Einlauf zu bekommen. Das hat sich aber alles, diese Einläufe werden so professionell gemacht, dass man da überhaupt ganz relaxed hingehen kann. Was mir da noch aufgefallen ist, ist, dass man sehr viel loslässt von einem. Die Ängste werden einem klar. Und so viele Dinge, die im Leben nicht passen, werden einem klar und werden dadurch auch erledigt. Das ist zwar ein Prozess, der nicht gleich, wie soll ich sagen, der nicht gleich beendet ist mit der Panzerkammerkur. Aber ich habe die Chance bekommen, das alles in die Reihe zu bekommen. Am Schluss, letztendlich kann ich sagen, ich habe 15 Jahre jünger ausgesehen, habe mich 20 Jahre jünger gefühlt, es war einfach rundum gut. Ich kann es jedem nur empfehlen und ich bin das beste Beispiel, ich bin wieder hier und mache das Gleiche noch einmal. Bis zum nächsten Mal.